Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Raft. So, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu dem nächsten menschlichen Hinweis. Dem ich mich sehr sehr langsam annähere. Habe ich irgendwie das Gefühl. In der letzten Folge bin ich ja immer schön um die Yacht herum geplätschert. Das war ja total spannend, wirklich. Und irgendwie habe ich nicht so das Gefühl voranzukommen. Also man kommt voran, aber träge. Absolut träge. Ich fühle mich einfach nur von der Yacht entfernt. Das wäre schon mal ein schöner Anfang. Wirklich. Und es wäre auch klasse, wenn hier mal wieder was im Wasser wäre. Hier ist ja nichts im Wasser außer dem Hai. Und los, Leute. Nullverschrutzung ist hier wohl, äh, Umweltverschrutzung ist hier wohl abgeblasen, oder was? Wird sich leben alle sauber? Mh, furchtbar. Mh, furchtbar. Hier muss man ein Fluss größer bekommen. Und die hier, die machen ja nichts. Nichts. Die können nichts machen, weil hier nichts ist. In diesem Meer. Hier sind wir noch nicht groß genug für Holz. Ach. Habe ich mir jetzt aber wieder ein Ei gelegt. Bewegt er sich weiter und drauf zu? Was ich, äh, bisschen komisch finde. Ich bewege mich von dem hier weg, ja. Aber das da, ich bewege mich nicht wirklich auf das zu, habe ich das Gefühl. Bewegt sich das selbst, das Objekt, oder was ist los? Ne, jetzt geht's. Ach, die Batterie ist auch schon wieder fast leer. Und ich bräuchte mal wieder was im Meer. Das Meer ist leer. Wir sehen nix am Müll. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Alles leer gefischt. Hm, 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 hm. Aber nun gut. Dann sei dem so. Vorerst. Ja, bei Chilean, das war ja klar. Ja, schwupp. Dreimal Schrott. Eins, zwei, drei. Das hier dreht sich doch nur um mich. Hat das mit dir zu tun? Warte mal, ich bau dich mal ab. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob du gut für mich bist. Ich hole dich später wieder, wenn wir Motor haben. Aber jetzt, ich bin mir gerade nicht so gut, ob du gut für mich bist. Äh, nicht so sicher, ob du gut für mich bist. Weil ich habe mein Segel nach da ausgerichtet. Aber ich nähere mich nicht wirklich an. Dieser Punkt hier bewegt sich einfach nur nach oben. Und so wie es ausgerichtet ist, müsste ich mich eigentlich annähern. Ach. Komm. Ich nehme mal ein bisschen mit. So, jetzt müsste ich mich ja annähern. Weil ich jetzt nach vorne paddle. In die Richtung von diesem Objekt. Jetzt dürften sie ja nicht mehr 1826 Meter sein, sondern irgendwas Geringeres. Ja. Äh. Nicht wirklich. Nicht wirklich gut. Komm. Und hier ein bisschen Müll im Meer wäre auch mal schick. Jetzt habe ich zig von diesen Fangnetzen, aber kein Müll im Meer. Was soll denn der Käse? Dann kann ich mich dem Objekt nämlich nicht annähern. Dann ist dem so. Weil. Naja. Kein Müll im Meer ist. Da ist Müll. Ich sehe ihn. Da ist endlich mal wieder Müll. Ja. Jetzt ist die hin. Äh. Das Ding hin meine ich. Zwei Seil. Wo ist er? Wo ist er? Blöder. Hei. So. Zwei Seil. Und ne Planke zu wenig. Die schippern alle in die Richtung da. Abbruch der Mission. Abbruch der Mission. Das hole ich mir später. Ich brauche jetzt erst mal was von meinem Boot. Weil das macht ja keinen Sinn. Wenn ich hier nur mit einem Paddel vorankomme. Wir schippern nach da. Wir schippern nach da. Wir schippern erstmal rum. Die Koten hatten von diesem Ding haben wir ja. Da entfernen wir uns halt davon. Ist mir doch wurscht. Gehen wir später hin, wenn ich einen Motor habe. Mir geht das dann schneller. Aber jetzt nicht. Weil das ist ja lächerlich. Ich komme ja gar nicht voran. Komm. Sag mal. Ist der noch nicht ausgewachsen oder was? Der ist noch nicht ausgewachsen. Ich kriege hier kein Holz raus. Komme ich jetzt wieder zur Yacht hin? Und wenigstens kriege ich hier Müll. Sagen wir es mal so. Wenigstens bekomme ich hier Müll. So. Genau. Das ist das Geräusch, was ich hören will. Schepper die Schepper. Alles schön ins Netz. Alles schön ins Netz hinein. Mist. Erwischt. Der Stocken-Dooster hier. Ich baue jetzt noch eine Fackel. Ich baue hier noch eine zweite Fackel. Reicht mir jetzt. Toll. Brauche ich wieder Planken. So. Ich sehe jetzt zu wenig. Oder Quatsch. Nein. Nein. Ich lege mich einfach schlafen. Ende Gelände. Ich schlafe die Nacht einfach mal durch. Ich habe mich hier der Insel nicht wirklich angenähert. Obwohl ich ja die ganze Nacht jetzt geschlafen habe. So. Und mal hier was essen. Und die mal essen. Das ist ja nur irgendeine lumpische kleine Insel. Das ist ja nicht so schlimm. Gut. Ahem. 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 Ich glaube, ich baue jetzt erst mal hier nur nach hinten. Da, wo ich den Motor hinsetzen will. Genau so machen wir das. Genau so machen wir das. So. Je schneller ich den habe, desto schneller kann ich mich hier in jede Richtung bewegen. Oder besser in jede Richtung bewegen. Also, was ihr ja bisher so rausgeholt habt aus dem Meer, ist jetzt nicht wirklich beeindruckend. Muss ich mal so sagen. Aber nun gut. Nun gut. Da ist der blöde Hai. Auf der Insel gibt es nicht wirklich was. Ich sehe da nur so ein paar Palmen. Nö, 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 nö. Eher uninteressant. Jetzt seid ihr reif. Jetzt seid ihr reif. Genau. Genau. Ach, sehr schön. Sehr schön. Gut. Wir haben gleich noch ein paar Kokosnüsse. So. Und. Bessern. Auch was selber getrunken. Irgendwo ist der blöde Hai. Da hinten hat er was abgefressen. Ich habe es gesehen. Aber gut. Er sitzt. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ich brauche es wieder ein bisschen mehr Plastik. Klick, klack, kluck, klack, klang. Wunderbärchen. Also, äh, wie lang war das jetzt hier schon so? Ähm. Zehn war das, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau. Dann kommen hier noch eins, zwei, drei, vier. Und dann nochmal vier. Da wäre ich schon bei achtzehn. Da wäre ich schon bei achtzehn. Dreißig wollte ich machen. Vorerst. Wird sein, dass ich das Ding irgendwann noch länger machen möchte. Und. Äh, nein. Ach, dann lass es bleiben. Dann lass es bleiben. Oh, ich bin die Plastik von hier. Keine weitere Plastik. Schade. Ähm. Puh. Aber puh. Oh, der fiel. Heute wird's gar. Da muss noch einiges in die Netze gehen. Zack. Erricht. Muss ich mal gucken, wie groß ist dieser Motor eigentlich? Und von denen ein Mikrochip. Und von denen ein Mikrochip. Eins, zwei. Zack. Ähm. Und noch eine Planker. So, jetzt gucken wir mal. Wie groß ist das Ding eigentlich? Oh. Das sah gerade groß aus. Das ist neu. Äh. Äh. Das ist ein Riesending. Meine Güte. Das nimmt ja... Boah. Das nimmt ja zwei Fel... Ja. Die drei Felder ein. Drei Felder nimmt das ein. Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge. Oh, 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 oh. Meine Güte. Oh, Fässer. Fässer. Sehr schön. Platz machen auf die Fässer. Danke. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber es ist noch nicht genügend Plastik. Es ist immer noch nicht genügend Plastik. Hm, hm, hm. Da habe ich eigentlich auch irgendwas anderes zu. Boah, auf irgendeine Insel oder sowas. Zack. Zack. Sehr schön. Nein. Wir müssen natürlich immer genau an meinen Netzen vorbei. Du hast mehr zielt. Nein. Zack. Jetzt tue mal den Motor in die Kiste. Der hilft mir jetzt gerade nix. Der hilft mir gerade nix. Was ich machen müsste, ist auch ein Paddel. Zweimal Plastik. Plastik ist wieder mal Mangelware. Ich hole dir die Plastik. Dann lass es halt. Elender, du. Elender schlechter Werfer. Komm, Plastik, Plastik, Plastik. Weißt du was? Hier geht ins Meer. Sammeln sie so raus. Ist ja furchtbar mit dir, Junge. Ist ja echt furchtbar mit dir. Der ist zu schlecht, um Plastik was mehr zu fischen. So. Da hat der schon wieder was weggebissen. Einmal Rücken zugedreht. Schon wieder was weggebissen. So. Nein, nicht dran vorbei. Ich weiß echt nicht, warum ihr immer dran vorbei müsst. Gut. Was sagt die Uhr eigentlich? Ja, geht noch, geht noch. Ein paar Minuten haben wir noch. Oh Mann, oh Mann. Das wird ein Großprojekt wieder mal. Das wird ein Großprojekt. Aber ich brauche auch viel Platz auf diesem Fluss. Oder dann auf meinem zukünftigen Schiff. Weil, man muss ja auch bedenken. Erstens möchte ich mehr pflanzen. Und zweitens brauche ich ja auch noch die Fläche für, für, äh, die ganzen Tiere. Deswegen würde das hier vorne nicht reichen. Ich würde hier sowas hinmachen. Aber ich habe die Tiere ungern gleich hier unten, weil der Hai ja noch mal gerne hier unten alles wegfrisst. Deswegen kommt die auf ein Deck weiter oben. Hier unten, ich glaube, da werde ich die Öfen lassen. Die Wassermühle, äh, die Farbmühle und die Motordinger. Ich denke schon. Ich denke, so werde ich das machen. Da kommt viel Plastik. So. Plastik, Plastik kommt in meiner Hand. Zack, erwischt. Zack, erwischt. Sehr schön. Genügend Plastik. Genügend Plastik brauche ich hier. Ja, drei, gut. Zünder von Holz und so. Hm. Gut, wieder zwei rein. Puh. Jetzt ist schon wieder keine Musik da. Komm. Tauch auf. Hä? Jetzt. Jetzt habe ich dich. Ich müsste wahrscheinlich wirklich noch ein paar Netze hier hinstellen. Die schippern alle scheinbar an meinen Netzen vorbei. Finde ich nicht klasse. Aber von Netze brauche ich zum Glück keine Plastik. Sondern hier Seil. Und Nägel. So. Zack. Zack. Kloppen. Kloppen die Klopp. Zwei mehr. Hm, hm, hm. Jetzt schippert das hier lang. Jetzt habe ich hier zwei mehr gebaut. Da schippert natürlich die Plastik. Zwei weiter rechts davon lang. Es ist nicht auszuhalten. Ja, aber manchmal verspottet mich dieses Spiel. So. Ist hier noch irgendwo feinste Plastik unterwegs. Da ist eine Insel. Aber es ist nur eine kleine Insel. Ich kann ja mal drauf zuschippern. Ich kann ja mal auf die Insel zuschippern. Ja, Palmenbädel. Zack, zack. Da kommt er. Da kommt er. Auf die Gusche. Auf die Gusche. Zack. Erwischt. Später läuft das hier. Also wenn du ja richtig viele Netze hast, du weißt ja nicht mal, wohin mit der ganzen Plastik und dem ganzen anderen Kram. Aber zu Beginn und so, da hast du da deine Probleme noch. Aber jedes weitere Netz bringt mich beim Ziel näher. Und darauf kommt es nochmal an. Mist, nicht erwischt. Ich glaube, Noch mehr Plastik. Ähm, Seil wieder. Hier mal die Ollen Melonen. Oh. Schöne Insel. Ich glaube, da gehe ich doch mal an Land. Bist du schön hoch? Zack. Komm, näher, ran. War ich schon mal auf der? Ich bin gar nicht so sicher. War ich schon mal auf dieser Insel? Auf jeden Fall ein paar Palmen. Gut für Holz. Auch wenn ich gerade Plastik brauche, aber hey. Nächste Etage. Was ist denn das? Was ist denn? Ist das mal schwer? Was ist das hier? Das Lager. Okay. Oder Stock und Duster, ja. Immer Stock und Duster. Wenn ich irgendwo an Land gehe, irgendwo in was drinne bin, immer Stock und Duster. Guck dir auch schwer hoch. Und drüben. So. Jetzt. Jetzt fällen wir ein paar Palmen. Dem mangelt es mir zwar nicht so wirklich, aber hey. Zack, zack. So. Die auch noch fällen. Tim, tim, tim. Und neue Wassermelonen. Sehr schön. Mangos. Weg damit. Weg damit. Komme ich denn hier weiter hoch? Ananas. Fällen. Sehr schön. Essen. Bekannt vor. Kommt mir bekannt vor, das Ding. Ja, ist mal, ist es wurscht. Ihr Fischkopf habe ich doch bestimmt schon, oder? Bestimmt. Der Glied ist dieser Rezept schon irgendwo. Und ab nach unten. mal gucken, ob man hier was entdeckt, nur was Schönes. Nö. Ich habe eh kein Parats für irgendwas, muss man dazu sagen. Aber ich kann ja wenigstens gucken. Das hier sieht verdächtig aus. Das hier sieht verdächtig aus. ist aber nö. Nein, nein, nein. Das war noch ein Schatten von irgendwas da oben. Und hier ist hier irgendetwas. Den Untiefen. Nicht so wirklich, ne? Nö. Alles bekannt. Ah, Musik. Da bist du wieder, mein Freund. Na gut, da geht's zurück zum Floß. Ist ja auch nicht nötig, dass immer was dabei sein muss. Oh Mann, schaffen wir das? Ach, du Elender, du. Du Elender. Ja, wir schaffen es. Aber dieses Rezept, das sieht so aus, als hätte ich es schon dutzende Male. Genau, genau. Wer hätte es nicht gedacht? Wer hätte es nicht gedacht? Wolzen. Nie halt, Niege, behalten wir in der Hand. Für weitere Schleppernetze. Schlapper, äh, Schleppernetze. So. Ist ja auch wichtig. Nach dem ganzen Tag ist eigentlich hier nur Nacht. Können natürlich jetzt wieder schlafen. Aber hey, das tue ich auch. So mache ich das. So, ähm, ich könnte hier auch mal hier super Knollen auf dem Grill legen. zack, zack, zack. Und essen und essen. Ja, das hebe ich mir noch auf. Hebe ich mir noch auf. Ist da Captain Strohkopf Schiff. Sehe ich da Captain Strohkopf? Ich glaube schon. Ich glaube, den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Ich brauche noch irgendein Erfolgserlebnis. dim, 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 dim. So. Ja. Ihr Fässchen, euch schnappe ich auch noch. Ich sage euch Fässchen. Schnappe ich auch noch, dann meine ich das ernst. Oh, habe ich beide erwischt. Das ist natürlich schick. Das ist natürlich schick. So. Ich habe einen Strohkopf. Ich komme. Ob auch nichts Schönes dabei. Blitz, 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 blitz. Da kommt noch ein Fässchen. Zack. Da war auch nichts Schönes dabei. Naja. Naja. Kann ja nicht immer alles schick sein. Ja, Holz. Komm mal her. Ich will den Rest mal so schwimmen. Na, noch ein bisschen. Noch ein bisschen näher ran. Dann können wir darüber reden. Noch ein bisschen. Bis ich ganz nah dran bin. Super nah. Dann können wir darüber reden. Ach, weißt du was? Ja. Schnoppsi dir die Kiste. Schöne Sache. Oh, meine Palmenbäumchen sehen reif aus. Die sehen schön reif aus. Ja, zack. Zack. Was ich hier mal mache, ist, ähm, plack. Und blam, blam. Und plack. Zack. Zack. Und zack. Ja. Einfach mehr Netze. Es müssen viel mehr Netze sein. Ich brauche viel mehr Stuff. Gut. Aber an dieser Stelle. Ja, es war jetzt nicht die erfolgreichste Folge. Ich weiß. Aber hey. Irgendwas ist ja immer. werde ich die Folge beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Und verabschiede mich. Ciao.